In unserem Kanal finden Sie zwischenzeitlich schon viele Videos zur Besteuerung von PV-Anlagen. Heute wollen wir den Einsteigern, aber auch den alten Hasen einen Gesamtüberblick über die Besteuerung der PV-Anlagen geben. Am Ende des Videos können Sie kostenfrei einen Fahrplan über die Besteuerung bei uns anfordern. Mein Name ist Stefan Mücke. Als Steuerzahler sollten Sie unseren Kanal abonnieren. Als Betreiber einer PV-Anlage werden Sie mit Begriffen wie Liebhaberei, Gewinnerzielungsabsicht, Kleinunternehmerregelung, Regelbesteuerer, Vorsteuerabzug, Umsatzsteuer, Betriebsvermögen, Unternehmensvermögen oder Einnahmenüberschussrechnung konfrontiert. Diese Begriffe wollen wir heute einmal sortieren. Starten wir. Wir haben zwei Steuerarten zu berücksichtigen. Einerseits die Einkommenssteuer und andererseits die Umsatzsteuer. Und die folgende Aussage ist für das Verständnis essentiell. Die eine Steuer, die Einkommenssteuer, hat nichts mit der anderen Steuer, der Umsatzsteuer, zu tun. Wir müssen beide Steuerarten völlig abstrakt voneinander beurteilen. Für die Umsatzsteuer fahren wir in diese Richtung und für die Einkommenssteuer fahren wir woanders hin, in diese Richtung. Beide haben nichts miteinander zu tun. Bereisen wir zuerst die Umsatzsteuer. Auf unserer Umsatzsteuerreise kommen wir als erstes zur Station Kleinunternehmer. Und hier müssen wir prüfen, ob wir nach dem Gesetz Kleinunternehmer sind. Und das sind wir dann, wenn unser Jahresumsatz 22.000 Euro nicht überschreiten wird. Als Betreiber einer PV-Anlage wird das in der Regel der Fall sein. Außer Sie sind bereits aus anderen Gründen, weil Sie schon ein anderes Geschäft betreiben, Unternehmer. Als Kleinunternehmer haben Sie den Vorteil, dass Sie keine Umsatzsteuer an das Finanzamt bezahlen müssen, bekommen aber auch keinen Vorsteuerabzug, müssen aber auch keine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen. Das Gesetz erlaubt uns, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Dadurch erhalten wir den Vorsteuerabzug aus den Anlageninvestitionen einerseits. Wir müssen dann aber auch andererseits Umsatzsteuer für unseren Selbstverbrauch bezahlen. Wir sprechen vom Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung, die Option zur Regelbesteuerung. Welche Vorteile sich daraus konkret ergeben, haben wir in einem Video dargestellt. Und dieses Video verlinken wir Ihnen hier. Unsere grundsätzliche Empfehlung ist, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, zur Regelbesteuerung zu optieren und damit den Vorsteuerabzug aus den Anlagekosten zu ermöglichen. Wir steigen also an dieser Station Kleinunternehmer nicht aus. Wir fahren weiter als Regelunternehmer und wir kommen zur Station Vorsteuerabzug. Jetzt als Regelunternehmer sind wir zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das betrifft im Wesentlichen den Vorsteuerabzug aus dem Anlagenkauf. Und dazu gehört auch die Vorsteuer aus der Montage der Anlage oder dem notwendigen Gerüst. Wichtig ist, dass Sie die PV-Anlage zumindest 10% unternehmerisch zur Einspeisung nutzen. Sie müssen also eine 10%-Hürde nehmen. Unser Video für diese 10%-Hürde verlinken wir Ihnen hier. Für den Vorsteuerabzug genauso wichtig ist, dass Sie die PV-Anlage Ihrem Unternehmensvermögen zuordnen und dies dem Finanzamt auch mitteilen. Verpassen Sie es, die PV-Anlage rechtzeitig dem Unternehmensvermögen zuzuordnen. Dann verlieren Sie den vollen Vorsteuerabzug. Die Frist läuft am 31.07. des Folgejahres ab. Für die Frage der Unternehmenszuordnung verlinken wir Ihnen ein weiteres Video. Dringende Empfehlung, machen Sie das gleich nach Abschluss der Installation, die Zuordnung zum Unternehmensvermögen durch Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung, damit hier nichts anbrennen kann. Als Regelunternehmer können Sie auch die Kosten für den Batteriespeicher einen Vorsteuerabzug geltend machen. Voraussetzung ist, dass Sie den Batteriespeicher zusammen in zeitlichem Zusammenhang mit der PV-Anlage erwerben. Wird der Batteriespeicher nachträglich, gegebenenfalls erst Jahre später erworben, dann scheidet ein Vorsteuerabzug aus. Zum Batteriespeicher verlinken wir Ihnen ein weiteres Video. Nachdem wir die PV-Anlage installiert und in Betrieb genommen haben, nehmen wir Fahrt auf. Unsere nächste Station ist die Umsatzsteuer aus den Einspeiseerlösen. Wir haben dem Netzbetreiber zu Beginn gleich mitgeteilt, dass wir auf die Kleinunternehmerregelung verzichten werden. Der Netzbetreiber vergütet uns deshalb neben der Einspeisevergütung die Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer müssen wir dem Finanzamt anmelden und abführen. In der Praxis ergeben sich hieraus keine Probleme. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten. Spannender wird es in der nächsten Station. Wir müssen uns um die Umsatzsteuer aus dem Selbstverbrauch kümmern. Wir müssen für den selbsterzeugten und selbstverbrauchten Strom Umsatzsteuer bezahlen. Bemessungsgrundlage dafür ist der Preis, den wir beim Versorger für den Strom bezahlen müssten, wenn wir nicht unseren eigenen Strom verbrauchen würden. Werfen Sie dazu einfach einen Blick auf Ihre Stromrechnung. Fünf Jahre fahren wir jetzt auf dieser Basis weiter. Wir erklären und versteuern die vereinnahmten Einspeiseumsätze und den Stromselbstverbrauch. Die Bindefrist aus dem Verzicht der Kleinunternehmerregelung beträgt fünf Kalenderjahre. Nach fünf Jahren dürfen wir die Bremse ziehen und aus der Regelbesteuerung aussteigen. Wann wir genau die Bremse ziehen, ob wir fünf Jahre lang als Regelbesteuerer unterwegs sind oder sechs Jahre abwarten sollten, haben wir in einem gesonderten Video untersucht. Dieses Video verlinken wir Ihnen hier. Mit dem Rückgang zur Kleinunternehmerregelung endet dann unsere Umsatzsteuerreise. Und natürlich wollen wir jetzt auch noch die Einkommenssteuer bereisen. Wir spulen also alles auf Anfang zurück. Starten wir mit unserer Reise durch die Einkommenssteuer. Doch bevor wir überhaupt einsteigen und losfahren, müssen wir uns fragen, ob wir überhaupt gewerbliche Einkünfte aus der PV-Anlage erzielen oder ob wir mit unserer Anlage einen sogenannten Liebhabereibetrieb unterhalten. Als Liebhaberei werden Verlusttätigkeiten bezeichnet. Also Tätigkeiten, die keinen Totalgewinn über die Anlagendauer erwarten lassen. Verlusttätigkeiten dürfen in der Einkommenssteuer gar nicht berücksichtigt werden. Die Finanzverwaltung hat im Jahre 2021 eine Vereinfachungsregelung geschaffen, die sogenannte 10-KW-Grenze. Wenn die Anlagenleistung 10-KW nicht überschreitet, dann wird auf Antrag des Steuerpflichtigen diese Anlage in der Einkommenssteuer nicht berücksichtigt. Für diesen Fall, wenn Sie das wollen, brauchen Sie also kein Ticket für die Einkommenssteuer lösen. Sie erklären dem Finanzamt die Liebhaberei, müssen Einnahmen, Ausgaben und oder Investitionskosten für die Einkommenssteuer dem Finanzamt gar nicht mehr erklären. Unser Video zur 10-KW-Grenze verlinken wir Ihnen hier. Und jetzt wird die Unterscheidung bei der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer deutlich. Obwohl Sie längst mit dem Umsatzsteuerzug unterwegs sind, steigen Sie in den Einkommenssteuerzug gar nicht ein. Die Liebhaberei in der Einkommenssteuer tangiert also die Umsatzsteuer in keiner Weise. Haben Sie eine Anlage mit einer Leistung von mehr als 10 KW, dann können Sie einen Antrag auf Liebhaberei auf der Grundlage der Vereinfachungsregelung nicht stellen bzw. das Finanzamt würde einen solchen Antrag ablehnen. Wir haben ein Tool entwickelt, mit dem Sie, wenn gewollt, die Liebhaberei auch für größere Anlagen selbst prüfen können. Wenn die Berechnung ein Totalverlust ergibt, dann können Sie mit einem Musterschriftsatz von uns die Liebhaberei auch für größere Anlagen beim Finanzamt erklären. Unser Video zur Liebhaberei bei größeren Anlagen verlinken wir Ihnen hier. Bei einer Liebhaberei erledigen sich alle Einkommenssteuerthemen wie die Abschreibung, Sonderabschreibung oder der Investitionsabzugsbetrag für Sie. Um diese Themen müssen Sie sich bei der Liebhaberei nicht mehr kümmern. Für den Fall, dass Sie bei Anlagen bis 10 KW keinen Antrag auf Liebhaberei stellen oder bei größeren Anlagen die Liebhaberei nicht geltend machen wollen oder können, dann steigen wir jetzt ein und fahren die Stationen der Einkommenssteuer ab. Wenn wir unsere Reise, unsere Investition, unsere PV-Anlage gut geplant haben, dann haben wir im Jahr vor der Investition einen Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht. Der Investitionsabzugsbetrag beträgt 50% der Anlagenkosten. Und hier gibt es mal eine Auswirkung, eine Wirkung der Umsatzsteuer auf die Einkommenssteuer. Und zwar, wenn wir Kleinunternehmer sind, dann sind die Anlagenkosten brutto, inklusive Umsatzsteuer zu berücksichtigen, ansonsten netto. Kommen wir zur ersten Station und wir kümmern uns jetzt um die Absetzung für Abnutzung der Anlage, die sogenannte AFA. Die PV-Anlage wird über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben. In den Jahren 20, 21 und 22 ist eine degressive AFA möglich mit 12,5% von den Anschaffungskosten im Erstjahr bzw. in den Folgejahren dann vom Restwert des Vorjahres. Ansonsten wird die PV-Anlage linear über den gesamten Zeitraum von 20 Jahren mit jeweils 5% abgeschrieben. Bemessungsgrundlage für die Abschreibung sind die Nettokosten, wenn wir auf die Kleinunternehmerregeln verzichtet haben. Wenn wir einen Investitionsabzugsbetrag im Vorjahr geltend gemacht haben, dann müssen wir vorab diesen Betrag von den Anschaffungskosten abziehen. Zusätzlich zu der entweder linearen oder degressiven AFA kann in den ersten 5 Jahren noch eine Sonder-AFA zusätzlich geltend gemacht werden. Die Sonder-AFA beträgt 20% der Anschaffungskosten, gegebenenfalls gekürzt um den Investitionsabzugsbetrag. Unser Video zum Investitionsabzugsbetrag der AFA und der Sonder-AFA verlinken wir Ihnen hier. Neben der AFA können wir natürlich alle Aufwendungen absetzen, die durch den Betrieb der PV-Anlage veranlasst sind. Bei den Betriebsausgaben gibt es keine feste oder eine starre Liste, was Betriebsausgaben ist oder nicht ist. Betriebsausgaben sind nach der Legaldefinition alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Typischerweise sind zu berücksichtigen die Versicherung der PV-Anlage, Reparaturkosten, Wartungskosten, Steuerberatungskosten und auch die Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt. Den privaten PC als Geschäftsausstattung für die PV-Anlage abzusetzen, halte ich für fragwürdig. Ich als Finanzamt würde es nicht anerkennen. Kommen wir zu den Betriebseinnahmen, die Einspeisevergütung. Als Betriebseinnahmen erfassen wir die Einspeisevergütung, die wir auf das Bankkonto gutgeschrieben bekommen haben, den Bruttobetrag. In der Praxis auch hier keine Probleme. Fahren wir weiter. Als Betriebseinnahme müssen wir neben der Einspeisevergütung auch unseren Strom-Selbstverbrauch bewerten. Solange hier die These der Nutzungsentnahme vertreten wird, ist die Entnahme mit den konkreten, eigenen anlagenspezifischen Herstellungskosten zu bewerten und anzusetzen. Der übliche Bezugspreis spielt bei der Einkommenssteuer keine Rolle. Lassen Sie sich nicht aufs Glatteis vom Finanzamt führen, wenn dieses erlaubt, aus Vereinfachung den umsatzsteuerrechtlichen Wert anzusetzen. Der ist zu hoch und das wäre zu Ihrem Nachteil. Mit unserem Do-It-Yourself-Tool werden die Herstellungskosten und die Stromentnahmen automatisch ermittelt. Das Video mit dem Tool verlinken wir Ihnen hier. Am Ende der jährlichen Fahrt, am 31.12., muss dann für die Einkommenssteuer eine Gewinnermittlung erstellt werden. Die Gewinnermittlung erfolgt üblicherweise durch die Einnahmenüberschussrechnung. Mit unserem bereits genannten Do-It-Yourself-Tool werden die Werte und die Einkünfte automatisch ermittelt. Hier nochmals der Link dazu. Ja, damit sind wir auch bei der Einkommenssteuer am Zielbahnhof angekommen. Wenn wir wegen der Liebhaberei gar nicht die Reise zur Einkommenssteuer begonnen haben, dann müssen wir also für die Einkommenssteuer keine Gewinnermittlung abgeben. Es bleibt dann, wenn wir auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet haben, nur bei der Umsatzsteuererklärung für die ersten fünf oder sechs Jahre. Ja, ich hoffe, Sie hatten Spaß an der heutigen Steuerreise und konnten einiges sehen und für sich mitnehmen. Einen Fahrplan mit den Links zu den Videos schicken wir Ihnen gerne kostenfrei zu. Senden Sie hierzu einfach eine Mail an fahrplan-at-mücke.de und Sie erhalten diesen sofort per Mail übermittelt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.